einen wunderschönen willkommen zurück zum heutigen abend wieder so zwei drei stündchen und zwar zu tell me why ich weiß nicht wo das spiel dann einsetzt ich habe ja beim szenenwechsel beim letzten mal beendet denn das so als kleine zusammenfassung ich hoffe ich krieg das hin das ist jetzt auch wieder drei tage her geschwister beides mädchen es ist ein transgender mann ich glaube olivia zumindest ist ollie in jungen jahren schon geschrieben jetzt taylor und sind nach zehn jahren namentvolli ja ja ich fasse nur zusammen und sind nach zehn jahren haben sie sich wieder getroffen denn vor zehn jahren ist ein schlimmes ereignis passiert und zwar hat taylor die mutter aus notwehr erschossen denn die mutter so zumindest nach den erinnerungen und den geschehnissen hatte versucht taylor umzubringen das ist der punkt dafür war taylor in einer ich nenne es jetzt mal jugendpsychiatrischen überwachten einrichtung die transgender ja phase will ich es ja nicht nennen er hat schon sehr früh angefangen und ist letztendlich jetzt in der in der in den den punkt dass eben teil der geschlechtswechsel durchgeführt und die mutter wir haben zumindest schon mitbekommen die mutter hat im scheinbar nicht aus sorge ärger oder im teil nein mein kind ist es verkehrt oder was auch immer hat verkehrte ansichten dass taylor bedroht hat sondern wir haben irgendwie mitbekommen da scheint was mit den erinnerungen von taylor nicht so hundertprozentig zu stimmen es gibt zumindest ein paar sachen die sehr schwammig sind denn wir haben ein buch gefunden wie erziehe ich mein transgender kind und das heißt die mutter hat sich sehr wohl damit auseinandergesetzt auseinandergesetzt und es ist sehr fraglich zumindest bei diesem punkt ob ich sag jetzt mal eine bedrohungslage vorgelegen hat und taylor aufgrund dieser bedrohungslage in teil die mutter erschossen hat auch hat die mutter irgendeine art wandel durch gehabt sie war emotional sehr down war abwesend war ständig mit irgendwelchen dingen beschäftigt hatte für die kinder zumindest gefühlt keine zeit und die kinder haben sehr viel miteinander gespielt in ihrer eigenen welt gespielt und sie haben eine gabe das ist zumindest das was hier da ist dass sie enthalten mit der stimme sprechen können sie können sich untereinander telepathisch verständigen und sie können auch untereinander oder gemeinsam erinnerungen die mitunter hier und da auftauchen wieder erleben und wie es weitergeht ich glaube wir sind in die stadt gefahren um die beste oder ehemals beste freundin der mutter zu befragen das war glaube ich der letzte stand den ich jetzt noch so im kopf habe ich entschuldige mich noch mal im vorlauf wenn ich das mit den transgender und co nicht einwandfrei hinbekomme es ist nicht mein thema deswegen bin ich froh dass es ein spiel gibt was dieses thema eben halt auch inhaltlich aufgreift okay ready to have any vd vecky i'm ready to talk to tessa just try to keep in mind that your memory of her is 10 years out of date yeah well it wouldn't be if she reached out to me while i was in fireweed which she didn't okay ja das schlimme ist was wir auch noch mitbekommen haben es ist zwar zehn jahre her aber seit sieben jahren wäre tyler problemlos wäre tyler problemlos der lage gewesen seine schwester zu besuchen oder eben halt dinge mit ihr gemeinsam zu tun war aber im teil aufgrund der transit transition eben halt gefühlsmäßig dazu nicht in der lage und nicht bereit das zu tun genauso ist es aber auch dass wie wir gerade erfahren haben tessa nicht täler besucht hat in den ganzen jahren und hier scheint sehr viel kommunikationspotenzial problem zu liegen wer ist wer ist eigentlich die person dahinten okay da können wir nicht hin das sieht cool aus hey you hey isn't it your day off yep we're here as patrons tyler meet michael this is the annoying co-worker i was telling you about i was there for your introduction of marshmallow vodka and wine coolers and i've only worked my way up to annoying co-worker rude don't worry she told me exactly how miserable she'd be in this town without you it's so good to finally meet you the tyler talk goes on 24 7 so i feel like i already know you so uh you here to grab some stuff for the homestead or yeah we decided it'd be easiest if we just stayed out there we'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it hey i'm all for efficiency cannot wait for us to get out of here what's that vielleicht ziehen wir zusammen er will auch umziehen okay wir machen es nicht direkt oh michael ist moving to juno 2 oh and did you guys plan on moving together well i mean yeah it'll be cheaper to share a place but nothing's set in stone makes sense there could be room for you too for sure the more ronin's the merrier i'm studying to be a chef so uh you know it'll be good eating and hey i only snore during allergy season and baseball how can i say no to that are you okay i'm dead on my feet girl not enough before to fish before work it's been a day oh you like to fish yeah there's this spot called buzzard hole i go to at least twice a week it's like an hour drive but it's so chill especially first thing in the morning shut up i used to go there all the time for real yeah hey well if you want to go sometime holler at me i don't mind sharing cool most guys i know get all smeagol about their fishing spots oh look at you two bonding over the most slow and boring way to kill an animal she's just jealous because she couldn't catch a fish even if she filled the lake with cyanide first never mind tyler we better get started with their shopping yeah i'll be around if you need anything okay ich muss mal schauen was haben wir denn hier hübsches und wir könnten auch ein bisschen holz schlagen aber das machen wir mal nicht der tankstelle okay ist jedenfalls nicht überlaufen hier ist eine kleine tankstelle da drüben eine große was da der preis sieht man nicht eine galone 497 ist das nicht zum lesen ist das zum lesen was ist denn hier zum lesen hier war kannst du das hier sein ja da stand es egal wenn ziehen zwei was haben dieses extra umgerechnet das ist es ja wenn ziehen 2 29 9 10 die haben es umgerechnet in liter das ist jetzt wieder im spiel ja ist im spiel musste die kopfhörer abmachen es ist so 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 real aber ich sehe das flugzeug nicht ja da haben die das hier umgerechnet und diesel ist teurer komischerweise das ist günstiger was ist das denn hier hinten okay wählt tom weg weg als 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 bürgermeister future mayor of delos crossing tom becky yep is it really that big of a shock he owns the only store in delos crossing and he's chummy with the old boys club uh i guess you never really struck me as having ideas and he's not exactly charismatic das ist die spieler das sign a way a couple years ago but auch gott auch gott oh i just got it that's kind of funny actually it's been up here for ages excuse me for not being hip to julius user at 11 also i was probably too busy dodging your snowballs to notice don't tempt me er kam sah und weg ist okay ja also lustig ist es schon das wortspiel tessas café mit tessa müssen wir noch sprechen auch guck mal ein schneemann ach so ja schöner schneemann hey i'm feeling something here come check it out hey ollie look i'm the ruler of this kingdom get it because it's a dome you're gonna fall stupid that was funny i can't believe you didn't laugh that was hilarious not as funny as you getting all pouty when i didn't laugh at your jokes i loved beating you it was my favorite thing da ist nichts drin schade also sei bei teet wenn dann nur mit viel honig ja wenn dann nur mit viel honig was ist hier oben kann ich da hoch kann ich hier rein nein kann ich nicht was steht hier am briefkasten steht überhaupt was am briefkasten wedgie thomas und tessa ass sind verheiratet aber mehrere türen geöffnet ist auch das gut können wir hier durch nein das verstehe ich die privatwohnung side or stand around until we become human popsicles sei bei teet nur ohne sei ja ok ja ich verstehe es okay okay well hello miss ronin did you forget something in the office no just doing some shopping you remember my brother tyler your brother oh right right tyler what a pleasant surprise didn't alison tell you i'd be by today yes i think she did i just didn't expect to see such a dapper young man well i did shower this morning did you just get back into town or more or less we've been working out at the old house but surprise surprise after ten years of setting empty it was missing a few things hence the supply run oh right well we'll get you set right up it must be nice to be home uh i'm not sure nice is the word for it oh of course i assume being there feels complicated that's one way to describe it well don't let me keep you any longer well don't let me keep you any longer i'll be here if you need anything oh hey is tessa around today um the wife's not in the moment i'm sure she'll be around later though hello aber sie machen keinen vorwurf so we need candles and an all purpose cleaner plus snacks and drinks oder oder zumindestens äh äh ne rupfen die nase i don't have my phone on me and you know you could just google all this later right are you kidding alison old fishermen aren't gonna share this kind of juicy intel on the internet okay die geht nicht oh was das aren't you running for more gun control my platform calls for sensible regulations but folks around here need guns for safety and as you know we run extensive background checks before each and every sale hmm oh gott so viele sachen hier zum angucken was ist das hier ich glaube cyber ist so ein ding wie äh 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 rosenkohl rolle des rudolfo in la bohem männlich 21 bis 31 sportlich elegant und temperamentvoll ethnie und herkunft egal gesangstalent erforderlich ist das da unten mhm 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 Okay, wo packt sie das jetzt hin? Wir haben jetzt eine Flasche dabei. If we buy ice cream we can keep it cool in the snow in 20 degree weather ice cream in all weather What do we still need to get I haven't found the cleaning stuff yet or the candles so basically nothing hey I've been taking it all in crazy how little it's changed So does it still need to get I haven't found the cleaning stuff yet or the candles so basically nothing Hier ist noch das reine Zeug Wir haben hier bloß zwei boom ring Und all surface organi leg 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 kem. Keine ahnung das sieht für mich mehr bio aus hier mal gucken Siehste sag ich doch Okay Da noch irgendwas Ach er ist ja hier Inventory, huh? Ah, yeah, my mind is so numb right now Anyway, how's the shopping spree going finding everything you need Ganz schön chaotisch hier I don't know who arranged all the shelves today, but they're a total mess Are you coming for me ronin do I have to remind you of the great spreadsheet disaster of 2014, huh? We don't talk about that I just made one tiny function mistake which wound up in the store almost ordering ten thousand dollars worth of temp You really saved my ass when you caught that yep, and you still owe me for it Anyway, how's your day going? Äh, wie läuft's, we're just so blöd dorthin, wir haben etwas gefunden Ah, warte, warte We, uh, we found some stuff in Marianne's room that really threw us for a loop Do you want to talk about it? I do, but not here And I think it also might not be my story to tell But maybe all of us can hang out later and you can get the whole messy story Alright, well, I'll be here if you need me Scheint ein ganz netter zu sein Okay, äh, was brauchen wir noch? Oh, guck mal den Fisch da, der ist cool Angel, 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 hier Hey, Tyler, remember the Trout King? Yeah, I saw it I thought Tom might have retired him by now You kidding? He never misses a chance to tell customers he won a Trout Derby It was a 12-pounder! So, uh, what kind of lure would you use for a steelhead? Well, it's hard to beat little Cleos, but depends on conditions Wait, is this a pop quiz? Hey, I had to be sure What? You think I'm, like, catfishing you? Well, can you blame me for being skeptical of an outdoorsy ronin? Hmm, no No, I cannot This is a position Some are here Hey, Tom, when'd you get that new California plate? You remember that nice young couple that came from town last summer? With the funky band They sent you their license plate? Their band got it, pal But I pulled some strings to get it out So, by pulled strings, you mean you gave Eddie a discount on those new waiters? I've got friends and I can't wait 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 So, what do you think it's snack-wise? Are you a candy girl or a chips girl? Ah, Mist, is doch nicht das, wie ich dachte Ich dachte, das ist ein Nummernschild von Life is Strange Aber ist es nicht Es ist es nicht Schade, 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 schade Okay, gut Ähm Was? Ich bin doch nicht so weit Was brauchen wir denn noch? Süßigkeiten? Was ist das hier? Oh Gott, was nehmen wir denn für Katzen? Glacier So schnell konnte ich nicht reagieren, was er gefragt hat Ich war ja gerade beschäftigt Mit dem Handy nach dem Nummernschild zu googeln Wir nehmen Was ist das hier oben? Ich hab nicht aufgepasst Wir nehmen das hier Genau Wenn dann das richtig Ach schon? Warte mal, hier ist doch was Sirup Bei Veggie gibt's Veggie Ja, doch Ich glaub, ich hab mein Geld vergessen So 1890? Oh, hi Tessa We were just meaning to come talk to you Hi, Tessa Long time no see My God You look like a completely different person It's me Plus beard Yes So we were out at the old house today Heavens, why would you go there? Surprise, it's even still standing We found some stuff in Mary Ann's room that took us by surprise Oh, really? We want to ask you some questions about her We want to ask you some questions about her You're the only person who might have known Mary Ann better than us I don't know about that It's been a decade, kids I know But I need to ask What is it? Did she ever talk about me being a boy? No It never came up I found out much later Just like everybody else Mary Ann was obviously concerned She really didn't confide in you At all? Your mother was intensely private She didn't need anyone else And she made that clear But this was about Tyler She was always willing to ask for help when it came to us Not at the end Look, I have a lot on my plate today I'm sorry My advice to you would be to try to move on It's not that easy What happened that night? You can't understand something like that But it was God's plan Oh, God God's plan That's all we can know I need to go now Best of luck to you Truly Die weicht doch aus Die weiß doch Bescheid What the hell was that? I told you she wouldn't talk It's like she's got CIA training Something's weird here It's weird, right? Yeah, I feel it too It's like something's on the tip of my tongue Sie wirkt abweisend schnell Äh, ne? Warte mal Die Tür ist jetzt auf Kann ich vielleicht vorher hier Ich guck nur No, no thanks I'm good I'm just looking for something that I've forgotten Man Tessa keeps track of everything in these notebooks Like what? Any loans she's given out Stuff she lets regulars take for free Even her tithes And then what? She starts passing out horse heads If people don't pay her back Nah, I think she just likes having a record She's gonna hand it off to St. Paul like a resume What's this doing here? The pious Pelican is the princesses generous friend She has a magical beak That is always full of food And never empties No So, was haben wir hier? Heute ist mein freier Tag Guck mal Am Morgen auch noch Und dann hab ich die Schicht von 9 bis 5 Uhr Am Donnerstag und Freitag geht er angeln Aha, da ist vielleicht dann auch Tyler mit bei Guck mal Was machst du gerade? Oh, okay Does your brother need any, um Shaving products? We've got some on sale I think he's got everything But, uh, thanks Good, good Well, you let me know If we're running low on anything you need No, never mind Muss ich jetzt das Buch hier kriegen? Nehm ich das jetzt mit? Nö, ist alles gut Oh, no, thanks I'm good I'm just looking for something that I've forgotten Ich kann's nur ansehen Okay, 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 okay Ich muss wahrscheinlich wieder rein Mitnehmen Halt Ich seh's gerade Es glitzert Was glitzert? Hier glitzert was Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie Now let's go Marianne? Can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry Oh? What's your excuse this time? Emergency repairs for the Beaver Dam? Tessa, look No, I don't want to hear it I want to talk to you Now Or do I need to start calling in your debts? Sie hatte Schulden Huh I'd completely forgotten about that I remember it But not exactly like that Here, let's see if we can call up my version Okay Ach, das sind unterschied Unterschiedliche Versionen von der gleichen Uh, Mom Can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today Marianne Can we talk? No We can't Just leave the groceries, kids, let's go Don't Please, let's just talk for a few minutes Okay? Okay 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 We remember that slightly differently I guess that makes sense Rashomon, you know But whatever happened After that, they walked to the counter And then Marianne lashed out at Tessa, right? Uh, no Marianne defended us because Tessa got all preachy Which is it going to be? Wie? Welche soll es sein? Please, let's just talk for a few minutes Okay? You hearing this? Marianne was looking for a fight Please Let's just Ich muss mich jetzt für eine entscheiden? Okay I want to talk to you Now Or do I need to start calling in your debts? Which is it going to be? No, Tessa was She went on Jack Thompson on her I want to talk to you Now Or do I need to start calling in your debts? Okay, was soll ich jetzt da nehmen? Welche Fassung ist denn plausibler? Please, let's just talk for a few minutes Okay? Please, let's just talk for a few minutes Okay? Sie hat sich abgewendet Sie hat sich abgewendet Von heute auf morgen Weil er hat sie weitaus aggressiver In Erinnerung Das ist das hier Please, let's just talk for a few minutes Okay? I want to talk to you Now Or do I need to start calling in your debts? Ich nehm bei dir I want to talk to you Now Or do I need to start calling in your debts? The Lord disiplines those he loves You're failing these kids, Marianne Judge me all you want But don't spew that hate around my children Spew hate? I am trying to be your friend They need a firm guiding hand And you Oh my God You actually think you're being a friend right now? Talking about my children that way? Yes You might find this hard to believe But friends aren't just for loans, Marianne You really want to get into this? Fine Let's go to your office I'll be right back, kids You stay inside, okay? What is wrong with you? Ah, ist so laut hier drin Ich glaube auch, dass sie was zu verbergen hat I wish you would have trusted me on this I really don't think Tessa was being that harsh You don't know her And regardless of who started things Once they were in the office They both went at it What do you think they were arguing about? Me? Don't know It was impossible to hear over the music But hey Now that we know she was lying to our faces Let's ask her Ob sie antworten wird? Is there something I can do for you? Earlier you said Marianne kept everything to herself But you two had a big fight a few months before her death Didn't you? We argued all the time You'll have to be more specific This wasn't about who cheated at Canasta This was intense You locked yourselves in the office so we couldn't hear I'm sorry It was a long time ago Now I was in the middle of something Okay We'll leave you to it Damn it I think she knows more than she's letting on A duh But there's no way to nail her down When we don't even know what we mean If we could pinpoint what it was about She'd be out of excuses Sure but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying Marianne and Tessa were obsessed with that song It was on all the time What are you thinking? We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional Maybe listening to it will trigger something You may be onto something here Ronan We can't go back to her with anything half-assed We should go talk to Tom Make sure we build as strong of a case as possible Okay Let's see if we can figure out what song it was Can you believe Tessa and Tom were ever young? I heard that I may have a little less going on in the hair department But you should see the rest of Delos High, class of 81 Fair enough Hey Tom There's something I can help you with? How's business? Oh, a little light on customers But that's given us time to finish up the inventory I think we might close early Maybe catch the final of Survival on Ice live Don't tell Tessa but I'm rooting for Butch She thinks he's too cutthroat I say that's the game You tried that new chocolate bar we got in last week? Oh, no Not yet I didn't think I'd like it Habanero and chocolate But it's not bad What'll they think up next, huh? Okay, der springt von A nach B über Z What's next on the campaign trail? A rally down at the harbor The fishermen are getting pretty fed up with business as usual I've got some ideas about how to keep the fish populations up But also put food on the table Grab some flyers Help spread the word This might be a weird question But do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time? How could I forget? I think she's still got the CD back here A little worse for the wear, of course Hold on Here it is I was happy when it got put away, to be honest A bit cheesy for my tastes Ob sie jetzt leicht freidreht Wenn sie das Lied hört Oder sie triggert Bum, 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 bum This is it, right? I think so Wow I just got hit with a flood of memories You see what I'm seeing? Yeah Okay, na jetzt bin ich mal gespannt Das ist krass Das ist jetzt oberflächlich Und jetzt konzentriere ich mich auf die Erinnerung Cool Was haben wir hier? Mom, stop! That's so embarrassing! Oh yeah? Tessa, come join me I know you love this song No, I couldn't possibly Some of us are actually trying to get work done here I forgot how carefree she could be Yeah What the hell happened? The kids keep pestering me for these candies But they're so expensive I'll just grab a bag It's fine Oh no I can't Tessa It's nothing Okay But write it down in your little notebook Okay, okay Whatever you want There Happy? Yes And I'll be by on Wednesday to help you close Like I promised Okay She was Marianne's mom sometimes I think you mean Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case She was trying to help We should go find that notebook she was holding Pretty sure I saw one marked 2004 in the office closet earlier Who else do you know? What he do you know? It had to put it on me When he at the dark By the bank By himself Hey everybody To be close Who's coming that To be a害 Anybody Can live Now Where do you know it? Amen Here's That was What are you doing here? Das ist doch Tylers Vision. Sie hat der Mutter, ähm, dieses, äh, Konversionstherapie, äh, gegeben. Wenn ich das richtig verstehe, das war doch das, äh, religiöse Papier, was wir beim letzten Mal gefunden haben, ähm, wo nicht hundertprozentig sicher war, was jetzt so stimmt, was nicht. Die Mutter hatte sich mit dem Buch auseinandergesetzt, äh, aber da war dieses Papier, äh, im Teil dieses, ähm, äh, wir heilen diesen schrägen, in Gänsefüße, ne, Gedanken, äh, mit dem Transgender, ne, das ist so wie, äh, homosexuellen Heilung. Was totaler Blödsinn ist, weil, äh, weil es ja keine Krankheit ist. So, was soll ich, ich soll jetzt das Buch besorgen? Okay, ich besorge das Buch. Warte mal, hier ist, hier ist, oh, ich kann ja an den Rechner ran. Äh, Tessa, ist es okay, wenn ich eine kurze Google-Searche? Mein Telefon ist tot. Natürlich, aber mach es schnell. Ich werde den Computer brauchen. Ähm, ich google mal in Thundermail. Dringend eine einmalige Chance, was, wenn die Regierung ihn bis zur 10. Ja, okay, das ist Scam. Tja, Deathnotter Scam. Talk mit Dr. Widmore ansehen. Gottes Plan für die Sexualität. Zehn christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben verändern werden. Leitfahren für Eltern zur Vorbeugung von Homosexualität. Vor allem Vorbeugung, ja. Jugend, Kämpfe, Tugendstrebende. Und dann steht die da so da. Oh. Ihre Bestellung wurde versandt. Vielen Dank für den Einkauf. Ihre Bestellung, Knoblauch, Schäler, Küchenwerkzeuge wurde versandt. Okay, es kommt ein paar Tage. Hey, Tessi, ich bin gerade von meinem Arbeitsurlaub zurück. Und die Mädchen lagen wie kleine Welpen, friedlich schlafend im Bett. Adrienne meinte, sie waren total gut drauf, als sie von dir abgeholt hat. Äh, ach so. Äh, und anscheinend hast du sie dazu gebracht, Karre, Karre Eintopf zu essen oder Kerkär? Na, wie auch immer. Zu welchem Heiligen hast du gebetet, dass dir das gelungen ist? Haha. Sie haben den ganzen Vormittag von ihrem Campingausflug mit Tante Tessa erzählt. Und wie viele S'mores sie gegessen haben und wie viele Käfer sie gefangen haben. Ich weiß nicht mehr, wann sie das letzte Mal beide gleichzeitig so glücklich waren. Normalerweise ist immer eine froh, während die andere weint. Ich weiß, du hast viel zu tun mit dem Laden und mit den Vorbereitungen auf dein Leben als Frau des Bürgermeisters. Ähm, danke, dass du dir die Zeit für sie genommen hast. Und tut mir leid, dass ich sie auf den letzten Drücker gebracht habe. Du weißt ja die Arbeit. Die Mädchen sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. PS, du und Tom solltet mal zum Abendessen kommen. Adrienne will ihm unbedingt das neue Medienzimmer zeigen. Dann sind die zwei beschäftigt, während wir in der Küche Wein trinken. Deine kleine Lieblingsschwester, Notorious NIC. Der Elefant, ihr wisst, dass ich ungern schon wieder mit dem Thema anfange. Aber Lisa ist schon wieder nicht zu den Proben gekommen. Sie war seit Wochen nicht da. Ich weiß, dass ihr Auftritt als Danny Boy bei Carls Beerdigung uns alle tief berührt hat. Aber was bringt eine schöne Stimme, wenn jemand nicht in der Lage ist, jede Woche pünktlich zu erscheinen, wie alle anderen auch? Ich finde, wir sollten den Winterball ohne sie planen. Was meint ihr, Barb? Nutze den Tag, Robin Williams. Jetzt habe ich die Mails geguckt, ich wollte doch surfen. Ich habe was vergessen. Okay, gut. Elijah. Juni, 24 Dollar für Essen im Restaurant, abbezahlt. September 11 Dollar, Puppe für die Kleine. Eric B., Februar 50 Dollar, März abbezahlt. Februar Schulden, September 20 Dollar für Benzin vollbezahlt. Das ist alles dokumentiert. Oh, 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 oh. Mary Ann, April. 50 Dollar für Benzin, abbezahlt. Mai 37 Dollar Einkäufe plus 30 Dollar neue Jacke für Allison, abbezahlt, im Laden geholfen. Juni 21 Dollar für Medikamente, abbezahlt. August 40 Dollar Einkäufe, abbezahlt. In Hauptzeit ausgeholfen Inventur. Oktober 140 Dollar für Waschmaschinenreparatur, nicht gekommen. November 55 Dollar neue Schuhe für die Kinder, Check geplatzt. Dezember nicht gekommen, kein Rückruf. Januar nicht gekommen. Und deswegen ist er natürlich immer zorniger geworden. Wir haben jetzt so mehr Hinweise, das ist gut. Sie stand die ganze Zeit. Tja, festnageln oder nicht? Können wir sie festnageln? Warte mal, wir können ja noch mal mit Tom reden hier draußen. Warte mal. Okay. Gut. Mit dir noch irgendwas? So, gute Frau. Guck mal, die Ablehende Haltung von ihr. Tyler gegenüber. Oh Gott. Oh Gott. Wann war, wann war, wann war das letzte Mal? April, August 2004, Oktober? Ach, ist das gemein. Das war 2004, ja. Aber wann, wann, ich glaube, zum Ende des Jahres hat sie nicht mehr bezahlt, ne? Ich sag mal Oktober. Oder war es August schon? Sie hatte gesagt, ein halbes Jahr vorher. Wann war der, wann war der, der Vorfall? Der war im Februar, ne? Also könnte es Oktober gewesen sein. Oktober 2004, das war, wenn sie stoppt, trying to pay her debts, right? Yes. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Yeah, we didn't think you guys were arguing about money. Du warst sauer, weil sie dich im Stich gelassen hat. Du hast dir von dem Camp erzählt. Du meintest, sie lasse uns im Stich. Ach so. Das sind jetzt die Leute, die Corona nicht als Erfindung ansehen, sondern jetzt sind wieder die Lasterhaftigkeit. Vor allem, was ist nachher Lasterhaft? Ist da überhaupt nichts Lasterhaftes da dran? Nicht mal ansatzweise. So, du warst sauer, weil sie dich im Stich gelassen hat. Jein, du hast sie von dem Camp erzählt. Du meintest, sie lasse uns im Stich. Könntest du das hinholen? Wir wissen, dass du die Allianz für traditionelle Familien unterstützt. Und dass du ihr ihr Pamphlet über ihrem Camp gebt hast. Was Camp? Das Jugendcamp für Tugendsuchende war das, ne? Das Virtue Seekers Youth Camp. Es war Konversionstherapie. Du hast sie gesagt, dass Tyler da gehen sollte. Ich... 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 Schau, du hast sichergestellt, ich bin Judas. Just wie Marianne. Aber ich wollte mich helfen. Tyler, sie sagte mir, sie hätte mit dir beschäftigt. Und ich habe so gute Dinge über das Camp gehört. You told her to send her child to conversion therapy. Do you know what they do to kids in those places? I do. Now. And how did Marianne take your helpful suggestion? Badly. She wanted to let you be whatever perfect little butterfly was in that cocoon. And yes, we argued about it. So she was cool with who I was? She was more than that. She loved you. Okay. Listen. Noch schlimmer. I don't mean to be rude, but I really do have a lot on my plate today. Okay. We'll get out of your way then. Thanks, Tessa. Ach, du Scheiße. Das ist ja noch schlimmer. Warum ist dann nachher... Warum dann... erschossen? Alter. Boah, das muss ein absoluter Schlag gerade sein. Was ist ja... Trying to wrap my brain around all that? I can't believe you got Tessa Vecchi to talk about the past. Bravo. Yeah. And Marianne, she... Had my back. It... It really doesn't change much, right? She was still fucking crazy. She still tried to kill me. Aber ich weiß, dass sie versucht, mich zu retten, bevor was, was der hell geschaut hat, hat sie über die Bedeutung, fühlt sich gut, Allison. Hey, look at mich. Du kannst mich fühlen, wie du fühlst, wie du fühlst. Gott, ich könnte ein Schmuck benutzen. Du sprichst mein Sprichst. Was? Sorry, ich habe nur... Ich denke, was das bedeutet. Ja, ich auch. Well, es ist ein guter Ding, Eddie ist uns erwartet. Er kennt Marianne ziemlich gut, und er war in charge der Fall. Hat er niemals gesagt, was die Investition zu dir? Nein, ich habe nie gefragt, und ich bin sicher, dass er mir besser wäre, nicht zu wissen. Ich glaube, das hat mir gemacht, eine gewisse Diskussion zu machen. Ich bin sicher, dass er ein guter Typ, Thoreau ist. Ich bin sicher, dass er etwas hat. Let's go. Ich bin sicher, dass er ein guter Typ, Thoreau ist. Ich bin sicher, dass er ein guter Typ ist. Vielen Dank.